Klammer auf A plus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Klammer auf A minus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Woher die Freunde kommen, die euch nicht gleich verstehen, denn nehm ich fast zwei, dann muss ich mit dir das Mal nehmen. Wo die Begrüßung krieg ich jetzt alle Teile eins aus, da kommt auch schon fast die erste Folge raus. Und nehm ich in derselben Mal eine Lüsterung kurz, dann ändert sich nur eine einzige Zeit auf Schluss. Wenn wir hier auf A plus B mal A minus B ansehen, dann bleibt der A Quadrat minus B Quadrat stehen. Und die gleichen Formen, die wir jetzt erheben haben, tragen, wie soll es anders sein, einen einen Namen. Doch weil es schon in den Tiefen von dem Lied hier steht, ist es klar, dass es um die biologischen Formen geht. Klammer auf A plus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Klammer auf A minus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Und jeder, der lernt oder auch studiert und dabei eine Summe mal quadriert, sollte wissen, dass es niemals stimmt, wenn man nur die Summe der Quadraten der Summanden nimmt. Denn Klammer auf A plus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Klammer auf A minus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat.